Manchmal, da streiten wir für einen Mandanten und ich finde es einfach total ungerecht, wie das Urteil ausgegangen ist. Und dann helfen wir dem Mandanten bei einem Fight bis zum Bundesgerichtshof. So auch in dem aktuellen Fall. Es geht um einen Filesharing-Fall. Da hat jemand im Jahr 2015 schon eine Serie getauscht. The Flash hieß die Serie. Und es hat sich nachher im Verfahren herausgestellt, dass derjenige das nicht war. So wie er uns das auch mitgeteilt hatte. Und er sollte allerdings die gesamten Verfahrenskosten tragen. Das hatten die Gerichte gesagt. Und wir haben gesagt, das lassen wir nicht auf uns sitzen. Wir gehen damit bis zum Bundesgerichtshof. Wir lassen das klären, ob jemand, der einen Tausch nicht begangen hat, trotzdem verpflichtet werden kann, wie die Gerichte es bis dahin gesagt haben, die Verfahrenskosten zu tragen. Was soll ich euch sagen? Wir haben gewonnen. Das ist unser drittes richtig großes BGH-Urteil. Jedenfalls das, was ich erstritten habe in den Filesharing-Verfahren. Das erste war ja vor allen Dingen das Morpheus-Urteil. Da ging es um Haftung für Filesharing-Aktivitäten der Eltern. Und jetzt geht es darum, wer zahlt eigentlich die Prozesskosten. Was da ganz genau passiert ist, wie unser Weg bis zum BGH ablief. Und ein bisschen wollen wir dann auch diesen schönen Erfolg feiern. Was da genau los war, zeige ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde Beuger & Solmecke und lasst gern ein Abonnement für diesen Kanal da, wenn euch Rechtsthemen interessieren. Filesharing machen die wenigsten von euch, zum Glück. Wobei wir 70.000 Leute vertreten, 70.000 Mandanten, die irgendwas im Internet getauscht haben. Movies oder Musik und am Tag rufen so vielleicht 10, 20 Abgemahnte immer noch bei uns an, jeden Tag. Also das ist noch größer, als man denkt, weil es Technologien gibt, Peer-to-Peer-Technologien, die sich nicht anfühlen wie Filesharing, die allerdings genauso funktionieren. PopcornTime ist zum Beispiel so eine Software. Hier geht es aber nicht um PopcornTime, sondern hier geht es um klassisches Bit-Torrent-Filesharing aus dem Jahre 2015. Es war die Nacht vom 6. auf den 7. Dezember. Da wurden zwei Folgen der Fernsehserie The Flash durch unsere Mandanten in einer Tauschbörse heruntergeladen. So sah es jedenfalls erstmal aus für die abmahnende Kanzlei Waldorf-Rommer. Die wurde beauftragt von Warner Brothers, die sind die Rechteinhaber, und die wollten Schadenersatz haben von unserer Mandantin. Wir haben dann in der Klageerwiederung mitgeteilt, naja, kann sein, dass das in dem Haus unserer Mandantin war, aber sie vermietet die Wohnung über Airbnb. Sie selbst war zur Tatzeit bei ihrer Mutter, und über die Chatfunktion von Airbnb hatte sie nur kurzen Kontakt zur Mieterin. Sie weiß nicht, wer das war, konnte keine Kontaktdaten weitergeben. Jetzt hat daraufhin, nachdem wir das im Klageverfahren mitgeteilt haben, Waldorf-Rommer die Klage zurückgenommen. So, und hat aber gleichzeitig gesagt, naja, hättest du uns das mal vorher verraten, dass du bei Airbnb vermietest, hätten wir dich ja nie verklagt. Jetzt haben wir die Klage verloren, aber noch nur, weil du, liebe Vermieterin, hier uns vorher nichts mitgeteilt hast. Und ich habe hier letztens schon mal ein ähnliches Video dazu gemacht, inwiefern muss man jemanden verpetzen. Das geht jetzt in eine ganz ähnliche Richtung, hat der BGH auch am gleichen Tag entschieden, wie das andere Video ist. Nur jetzt haben wir erst die Entscheidungsgründe bekommen. Und die Frage ist also, hat unsere Mandantin, die Vermieterin, die Airbnb-Vermieterin, Anlass zur Klage gegeben? Das war die Meinung von Waldorf-Rommer. Die haben gesagt, ja, du hast Anlass zur Klage gegeben, denn das Gericht kann sich die Sache anschauen und nach billigem Ermessen entscheiden, ob man hier was hätte vorher schon sagen sollen. Also wir haben seit jeher die Philosophie in unserer Kanzlei vertreten, Chinese Walls. Nichts verraten, bevor es nicht zu einem Gerichtsprozess kommt. Die meisten Verfahren gehen ohne Gerichtsprozess aus. Und in dem Moment, wo man im Vorfeld schon gewisse Argumentationen liefert, dann kann das eher negativ für den Mandanten ausgelegt werden. Insofern sagen wir, wir tragen vor, aber erst im Gerichtsverfahren. Und jetzt wollte man unserer Mandantin daraus genau den Strick drehen und sagt, ja, hättest du mal besser vorher was gesagt. Jetzt legen wir dir die gesamten Kosten des Verfahrens aus. Amtsgericht Köln sagt, ja, richtig, unsere Mandantin muss die Kosten tragen. Landgericht Köln sagt auch, Kosten sind zu tragen, wurden unserer Mandantin auferlegt. Also totale Katastrophe, muss ich sagen, für unsere Mandantin, die, obwohl wir gewonnen hatten, jetzt die ganzen Kosten tragen sollten. Mir völlig unverständlich. Also habe ich ihr gesagt, das lassen wir nicht auf uns sitzen. Wir kämpfen bis zum Bundesgerichtshof. Kein Mensch muss im Vorfeld hier an der Aufklärung des Falles teilnehmen. Und jetzt hat der Bundesgerichtshof sich die Frage gestellt, gut, wird eine Klage zurückgenommen. Das hat ja Waldorf-Frommerhardt jetzt zurückgenommen. Und dann muss normalerweise, der, der die Klage eingereicht hat, wer zurückgenommen hat, auch alle Kosten tragen, klaro. Es sei denn, die andere Partei, nämlich meine Partei, ihr seht, es wird zivilprozessual, meine Partei hätte Anlass zur Klage gegeben. Und da ist ja die Frage, haben wir wirklich den Anlass zur Klage gegeben, nur weil wir den Sachverhalt nicht vorher aufgeklärt haben. Waldorf-Frommer, die Kanzlei, die hier Warner Brothers vertritt, hat gesagt, na klar, hat deine Mandantin Anlass zur Klage gegeben. Wir hätten ja niemals geklagt, wenn wir vorher den genauen Sachverhalt schon gewusst hätten. Der Bundesgerichtshof, das seht ihr hier, das Urteil, kann ich euch auch mal zeigen, hat jetzt hier sich genau diese Frage auseinandergesetzt und hat auch diese Entscheidung in die entsprechenden Nachschlagewerke des Bundesgerichtshofs aufgenommen, weil er die für so sehr wichtig erhalten hat. Er sagt, ein Anlass zur Klage im Sinne der Zivilprozessordnung kann nur dann angenommen werden, wenn die Klage bei ihrer Einreichung zulässig und begründet war oder jedenfalls irgendwann mal vor ihrer Einreichung zulässig und begründet gewesen wäre. Auf dem Fall einer aus objektiver Sicht zu keinem Zeitpunkt aussichtsreichen Klase ist die Vorschrift nicht anwendbar. Also, was heißt das in Konkreto? Es heißt, wenn unsere Mandantin tatsächlich hier irgendwas getauscht hätte und wirklich irgendwas gemacht hätte und nachher dann aber wieder in einer Situation sich buxiert hätte, dass sie gar nicht hätte verklagt werden können, aber vorher wirklich mal was getan hätte und zu einem früheren Zeitpunkt hätte verklagt werden können, dann hat sie Anlass zur Klage erhoben, dann hätte sie auch aufklären müssen, damit nicht weitergegangen ist, damit nicht geklagt wird. Aber hier, sagt der Bundesgerichtshof, hat sie ja nie irgendwas gemacht. Das war ja ihre Mieterin, ihre Airbnb-Mieterin. Und deswegen hat sie niemals hier den Anlass zur Klage erhoben und das ist wirklich stark für die Mandantin. In der dritten Instanz ist jetzt der entsprechende Beschluss vom Bundesgerichtshof gekommen und für uns ist es so, so wichtiges Entscheidung, so ein wichtiger Beschluss, weil einfach tausende unserer Mandanten diese Thematik hatten. Vorher erstmal nichts verraten, niemals allerdings Anlass zur Klage gegeben und jetzt auch keine Kosten am Hals. Klar, jetzt kann man die Airbnb-Mieterin suchen, wenn Waldorf-Rommer da eben jetzt aktiv wird und das versucht, könnten sie die dann verklagen. Das ist aber nicht so ganz einfach und letztlich auch nicht mehr das Bier unserer Mandantin, die ist jetzt fein raus, Verfahren gewonnen. War natürlich ein steiniger Weg, aber wir haben sie da begleitet und dann letztlich auch finanziell unterstützt, weil das für uns auch sehr, sehr interessant war, das Verfahren so hoch zu bringen und es auch einfach Bedeutung hatte für tausende unserer Mandanten, die jetzt echt aufatmen können. Falls ihr eine falsche Abmahnung bekommen habt, könnt ihr uns gerne kontaktieren, falls ihr keine falsche Abmahnung bekommen habt. Dann herzlichen Glückwunsch. Könnt ihr trotzdem was tun, nämlich ein Abo da lassen für diesen Kanal. Würde mich freuen. Wir halten euch weiter auf den Up-to-Date. Hier nur ein kurzes Update und ein bisschen auch was zu feiern. Unser dritter großer File-Sharing BGH-Sieg. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Ich habe noch ein bisschen was für euch parat gemacht. Schaut euch auch noch diese beiden Videos an. Tschüss und bis morgen.